Wie kann man das denn machen? Oder erst nur Vinyl, dann 3D, oder wie? Ich mache so eine Einleitung mit beiden. Und dann machst du das Äußere quasi. Das ist das Cover hier. Ich überhole dann das Ding aus, zeig das hier. Schwarz Vinyl, alles geil, bester Sound. Ich sage auch ein bisschen, dass da nichts extra dabei ist, weil es halt ein Album ist. Dieser ganz neumodische Scheiß mit hier noch irgendwas for free. Das ist Scheiße. Das ist Amazon-Scheiße. Und dann machst du Booklet. Zeigst du mal das Booklet. So. Und ich sage dann noch was zur Booklet-Idee und dann ist es vorbei. Genau. Das Ganze erscheint am 14.3. Überall in Deutschland ist direkt Schweiz. Ungewöhnliche Fest. Tonträger. Auch in Würfenburg. Auch in Würfenburg. Klar. Würfenburg. Könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Bis bald. So. Wir halten uns über Wasser wir sehen das Überhaupt nicht ein, niemand schwör, niemand sagt, ich werde immer weiter. Untertitelung des ZDF, 2020